Moin Freunde und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Das hier wird nur ein ganz ganz kurzes Video werden und zwar ein kleines Infovideo. Wir haben ja letztes Mal angefangen, als mein Internet ausgefallen ist, mit dem Minecraft Projekt der einsame Wolf. Und ich habe das auch richtig enjoyed. Es sollten, falls jetzt keine Datei beschädigt ist, sollten jetzt sechs Videos online sein. Und ich habe die Map auch immer noch und so weiter, aber mein Internet ist halt jetzt auch wieder da. Nach ein paar Tagen ging das dann wieder. Deswegen werde ich jetzt halt nicht mehr weitermachen mit dem Projekt. Das heißt, ich werde versuchen, mir die Map so lange aufzuheben, bis wieder irgendwas sein sollte, von wegen mit meinem Internet oder so. Ich wollte euch das einfach nur mal kurz als kleines Infovideo raushauen. Also jetzt werden wieder andere Games kommen. Nicht, dass ihr auf diese Videoreihe wartet. Das möchte ich nicht, weil irgendwie ich habe dann immer im Hinterkopf, okay, es warten Leute und ich sollte das zocken. Aber das ist halt eher ein Projekt, was ich nur zock, wenn ich halt wirklich irgendwie verhindert bin oder kein Internet habe. Und deswegen ist das Projekt auch entstanden. Danke fürs Zuhören. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.